Eins, 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 es ist eine Aufnahme, eins, 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 Aufnahme, Aufnahme, ich bin schon längst in der Aufnahme. Lappen. Boah, das ist, boah, diese Art, wie die Fieke sind so scheiße. By the way, die heißt Kahn, Kahn, die Vierte, die Erste. Alles klar. Und Niklas, kannst du jetzt sehen? Das seh ich. Herzlichen Dank dafür. Nee, das war ich. Hab ich extra gemacht. Tod, wiederbeleben. Tod, wiederbeleben. Warum sterbt ihr immer? Weil wir versuchen Schaden auszuteilen. Und man auf mich schießt. Und weil ich immer den Schaden auf mich lenke. Aua. Ich bin tot. Tot. Das ist nämlich der Übel, Niklas. Kurt, das ist der einzige Zauber, den ich sehen kann. So, Wasser, du sollst dich trockenen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt fühle ich mich unsichtbar. Was? Ja, ich seh den Zauber nicht, das heißt, ich fühle mich unsichtbar. Danke, Gunnar. Ja, ich kann dir mal sagen. Entschuldigung, Gunnar. Danke, dass du mich hörst. Weißt du, Niklas, bei uns ist das nämlich so, du hast ein Schild an und du lenkst jetzt ab. So wie ich. Ich bin jetzt auch unsichtbar für dich, ne? Ja. Ich empfinde dir einfach den Todesschild. Dafür kriegst du immer ein Leben. Oh, jetzt hat dein Schild aufgehört. Ups. Ich bin einfach echt nicht gestorben. Ich habe ein Schild, wie können die mehr Schaden zufügen? Ähm. Bam. Der Detonierer. Danke. Bitte. Easy. Easy. Alp! Easy. Ist hier nicht auch noch irgendwo John Schnee? Tod wiederbeleben. Guck mal Költe Löwenanspielung. Költe Löwenanspielung. Wiederbeleben. Klasse, die Bomben sind wiederbeleben. Költe Löwenanspielung. Lass uns einladen. Költe Löwenanspielung. Er kann auch die Bomben mal wiederbleben. Költe Löwenanspielung. Ja, oh Loll. Költe Löwenanspielung. Oh Loll. Wiederbeleben Wiederbeleben, Miklas Nein, ich komm nicht! Ja, setz ihn ein, jetzt! Wehr an der Leertaste! Ja, Alter! Wiederbeleben! Jetzt wird durchgerutscht, Alter! Machen! Ja, Alter! Hammer! Wollen wir nicht mehr in die Hülle gehen, hier? Ja, ok! es ist dunkel drin ja finde ich auch das knall oder man ist nicht noch kein kommentar geskripteten lauf gestorben ja muss man auch erst mal hinkriegen hast du auch deine finger auf a s und f ja ssf natürlich optimal Oh, 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 oh. Ach ne, jetzt werden wir die ganze Zeit nass sein. Tja, ich hab nen Anti-Nass-Anzug. Ja, und ich frier die Gegner jetzt alle ein. Aua, wiederbeleben, wiederbeleben. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Ich wär weg, dein Nerven, ey. Wiederbeleben. Niklas, nimm dir mal den Schädelstab hier. Nimm dir mal den Stab, der hier liegt. Da kriegst du bei Todeszaubern einen großen Bonus. Hä, wo ist der denn? Kann ich irgendwo meine Ausrüstung angucken? Nein, nicht in-game. Äh, warte mal hier, äh, ich bring mich mal gerade selber um. Dann kannst du meinen Schädelstab. So, jetzt nimm den Schädelstab. Nimm mal den Stab, der da liegt. Sehr gut, sehr gut. Jetzt wiederbeleben. Aber, äh, Gunnar, das Problem ist, äh, wenn Niklas stirbt, ist der Schädelstab wieder weg. Oh. Ja. Der ist stark, der hat schwach zu Todeszaubern, aber schwach zu Lebenszaubern aber sehr stark zu Todeszaubern. Das heißt, du kannst... Ich benutze eh keinen Todeszauber. Das heißt, du kannst... Ich benutze eh keinen Todeszauber. Ja. Das ist das Geile, weil wenn man dann ein Todesschild hat, kannst du dich selbst für Todeszaubern abfeuern. Und dann, äh, wirst du dadurch geheilt. Deswegen haben wir auch immer den Todesschild. Der Heck. Jetzt haben wir stark. Alter. Ich bin stark nach dem Bein. Keine Ahnung. Es ist außerhalb meines Bildschirps. Alter, er ist einfach gestorben. Neue Sterbe. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Man, Niklas, hör doch mal auf mit der Scheiße. Ja, damit bin ich auch echt verstanden, wenn Niklas da so eingefroren ist. lol ach kriegst du es in Cannes 4 die erste ich friere sie alle ein sterb währenddessen meine netten habe Seppo wiederbeleben mich heute auch wiederbeleben die beste haben sie damit leben ok, let's fly KACK NOB KICK 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 Ich habe aus Versehen fünfmal tot auf Ellis gewirkt Ja, fertig. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Goal. Mir ist explodiert einfach alles hier. Wenn der Viktor uns wiederbeleben, okay. 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 Ich weiß mal, ob ich gestorben bin. Elektro. Keine Blitz sauber machen, wenn man nachfrippt. Kleiner Wichser. Sterb. Geht in den Nahkam. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Geht in den Anpass. Guck mal! Ich geh nach ca. Ich geh nach ca. Ich geh nach da. ich hab ne idee hier niklas schieß doch mal auf mich so niklas du wichser was hat mich überhaupt getötet ich ja ich sehe die zauber nicht ja besser als sonst immer ich bin in der aufnahme fabio stubs nicht an ob wir denn in der aufnahme seien ich bin bereit ach hier ist doch hier der der hauptmann hier oder aber jetzt werde ich auch noch angestuft so dann tue ich schreibe mal zurück alles klar Das war's. die handschuhe fettigen und ich bin damit und ich bin eine melone ich fühle mich angegriffen ich hab mich selbst getötet ich greife einfach mal schießt nur mit tot auf ihm das reicht ja er ist auf feuerresistent aber nicht auf elektro okay ich habe die Todesrüstung 10z Warum folgt da eigentlich jemand mir? Wiederbeleben Los, greifen doch an, wenn der hinter mir her ist Er ist ja resistent gegen Sebastian Seit wann denn eben war er nur Schießen wir nur mehr tot auf ihn, meine Fresse Alter Don't kill me Okay los, wenig Wiederbeleben Wiederbeleben Und dann läuft einfach in meine Zauber rein Nein, Niklas Was ist? Schieß doch nicht mit Leben auf uns Ganz einfach Ganz einfach Wenn ich mir tot schieße, gibt's ne Explosion Ich kann mich nicht mit dem Ich kann doch nicht mit dem Aber ich kann nicht mit dem Man braucht immer ich! Weil ich tot bin! Wir hätten die ganze Zeit die Rüstung von den Soldaten da abverladen können. Ja. Hakuuna Matata. Mein Elien! Das ist ein Wartesk-Mjort! Wir sind nicht, Pizzi. Wir haben die Haltmann, Ikki und Niki. Wir sind auch hier oder Grähe? und sache der einer wieder richtig am flennen ist ja das ist der korrekte deutsche satz nein also zumindest vor 20 jahren war es noch so muttern hilft mir mal beispielsweise nicht mutter hilf ein fangender niklas ja kunden die lucken spänken du nevanova schein zu lov nevanova nulles visse mann in finiglör in den spiken handen nu war der perfekte returna nu war die beste mento de frinke alltid vor Hmhm. 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 Tretet dich auf meine Stifte. Ja. 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 So. Schöne Zeichnung übrigens. Hmhm. Also ich möchte alle diese Elemente und so weiter eingeführt haben. Unter anderem auch Bowlingkugel Nummer 8. Die Schwanze. Bowling wohl kaum oder? Das ist äh. Stimmt äh. Geil. Atombomben zaubern. Was? Atombomben? Ja. Ja. Wir werden uns wieder fürs Zuckuckuckern. Adios. Ciao.